Es ist doch alles gut, Anne. Nein! Kein Gregor und keine Franziska, das haben wir uns versprochen, verdammt nochmal! Ja, es ist ein Geschäft, Anne. Und diese blöde Abfühlanlage gehört nicht Franziska, sondern einer Holding. Und diese Holding hat einen Geschäftsführer und der ist dein Ansprechpartner. Mehr ist es nicht. Es ist ein Geschäft. Das sagt sie jetzt! Und bei der erstbesten Gelegenheit wird sie hier auftauchen. Nein. Jetzt ist es doch klar, mit ihren First-Class-Ticket aus New York. Und mit ihren Taschen aus der Fifth Avenue. Und dann wird sie versuchen, dich zurückzukriegen. Doch! Und außerdem hast du mich angelogen. Das war überhaupt kein Patient. Hättest du mich mal gefragt, dann hätte ich es niemals, niemals zugelassen. Und wieso schaust du so? Willst du mich heiraten, Anne? Was? Ob du mich heiraten willst, Anne? Ist das dein Ernst? Ja. Hättest du mir nicht irgendwie eine Vorwarnung geben können oder so? Nein. Willst du mich heiraten, Anne? Ja. Gut.